Ich habe Raketen nachzuschießen. Ich habe Sidewinder, ich habe Mavericks. Ich lasse sie hinabregnen auf die Minarette und den Beton unter mir. Die Gebäude, die den Sand aufbrechen, ich zerlege sie wieder, mache sie wieder zur Wüste, zur Teichel. Im Zentrum steht eine amerikanische Luftwaffenpilotin, die sehr stolz ist auf das, was sie macht im Irak-Krieg. Und durch eine Babypause, die länger dauert, muss sie ihren Job unterbrechen und darf danach nicht mehr in Kampfjets steigen, sondern sie wird umgeschult auf Drohnenpilotin. Ich kann damit nicht fliegen mit ihr. Ich weiß, es ist eine Sie. Es geht nicht. Regeln und Vorschriften. Es liegt am Schleudersitz. Ein Ausstieg würde sie rausschleudern. Abtreibung per G-Kraft. Ich will den Himmel. Ich will das Blau. Aber ich kann sie nicht töten. Ich kann sie nicht töten. Kann ich nicht. Es ist die Subjektive einer Pilotin. Sie erzählt wirklich haargenau ihre Familienwelt, die tägliche Fahrt in den Krieg. Und diese Subjektive heißt, dass wir auch etwas von ihrer Innenwelt und von der sich verändernden Welt in ihr erfahren. Und das versuchen wir auch auf der Bühne umzusetzen. Mir wurde mein Tageseinsatz mitgeteilt. Unterstützung für einen Konvoi. Ein Konvoi auf einem Bildschirm im echten Einsatzgebiet. Auf Sie aufpassen. Darauf achten, dass keine bösen Typen irgendwelche Sprengsätze legen. Ich habe das große Privileg, dass ich für diese Rolle Attina Tabé habe. Die einfach wie gemacht für diese Rolle ist. Mit einer großen Wachheit. Und könnte mir keine tollere Besetzung dafür vorstellen. Ich bin nicht im Kampf. Wenn Kampf Risiko ist, wenn Kampf Gefahr ist, wenn Kampf Kampf ist, bin ich nicht dabei. Aber mein Puls geht schneller. Es ist kein fairer Kampf, aber er geht schneller. Ich schaue auf den Bildschirm. Zehn Sekunden. Noch fünf. Und boom.